Heute geht es um Teil 3, Bitten formulieren für A1 sprechen. Goethe-Zertifikat A1 Startdeutsch 1 Sprechen Teil 3 Aufgabe Teil 3 Bitten formulieren und darauf reagieren. Das Heft Geben Sie mir bitte ein Heft? Geben Sie mir bitte ein Heft? Ja, ich gebe Ihnen ein Heft. Ja, ich gebe Ihnen ein Heft. Der Stift Geben Sie mir bitte einen Stift? Geben Sie mir bitte einen Stift? Ja, ich gebe Ihnen einen Stift. Ja, ich gebe Ihnen einen Stift. Die CD Die CD Geben Sie mir bitte eine CD? Geben Sie mir bitte eine CD? Ja, ich gebe Ihnen eine CD. Ja, ich gebe Ihnen einen Stift. Der Stuhl Geben Sie mir bitte einen Stuhl? Geben Sie mir bitte einen Stuhl? Ja, ich gebe Ihnen einen Stuhl. Ja, ich gebe Ihnen einen Stuhl. Die Uhr Wie spät ist es, bitte? Wie spät ist es, bitte? Es ist 8 Uhr. Es ist 8 Uhr. Der Apfel Der Apfel Der Apfel Geben Sie mir bitte einen Apfel? Ja, ich gebe Ihnen einen Apfel. Ja, ich gebe Ihnen einen Apfel. Das Besteck Das Besteck Geben Sie mir bitte ein Besteck? Geben Sie mir bitte ein Besteck? Ja, ich gebe Ihnen ein Besteck. Ja, ich gebe Ihnen ein Besteck. Das Glas Das Glas Das Glas Geben Sie mir bitte ein Glas? Geben Sie mir bitte ein Glas? Ja, ich gebe Ihnen ein Glas. Ja, ich gebe Ihnen ein Glas. Ja, ich gebe Ihnen ein Glas. Der Rauch Können Sie bitte hier nicht rauchen? Können Sie bitte hier nicht rauchen? Okay, ich rauche hier nicht. Die Tasche Geben Sie mir bitte die Tasche. Die Tasche Geben Sie mir bitte die Tasche. Ja, ich gebe Ihnen die Tasche. Das Radio Können Sie bitte das Radio einschalten? Können Sie bitte das Radio einschalten? Okay, ich schalte das Radio ein. Okay, ich schalte das Radio ein. Der Schlüssel Können Sie mir den Schlüssel auf dem Tisch geben? Können Sie mir den Schlüssel auf dem Tisch geben? Ja, hier bitte. Das Taxi Können Sie mir ein Taxi rufen? Können Sie mir ein Taxi rufen? Ja, einen Moment bitte. Ja, einen Moment bitte. Die Schuhe Können Sie mir bitte die Schuhe geben? Können Sie mir die Schuhe geben? Können Sie mir bitte die Schuhe geben? Können Sie mir einen Orangensaft bringen? Können Sie mir bitte einen Orangensaft bringen? Ja, sofort. Ja, sofort. Ja, sofort. Können Sie mir die Schuhe geben? 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 Können Sie mir bitte ein Brötchen geben? Ja, gern. Die Brille. Können Sie mir bitte die Brille geben? Ja, hier bitte. Ja, hier bitte. Das Fahrrad. Darf ich Ihr Fahrrad leihen, bitte? Darf ich Ihr Fahrrad leihen, bitte? Ja, ich leihe Ihnen mein Fahrrad. Ja, ich leihe Ihnen mein Fahrrad. Das Tablet. Können Sie mir bitte eine Tablette geben? Können Sie mir bitte eine Tablette geben? Ja, ich hier nehmen Sie eine Tablette. Ja, ich hier nehmen Sie eine Tablette. Die Schere. Können Sie mir die Schere geben, bitte? Können Sie mir die Schere geben, bitte? Ja, hier bitte die Schere. Ja, hier bitte die Schere. Der Fisch. Der Fisch. Bringen Sie mir bitte den Fisch. Bringen Sie mir bitte den Fisch. Einen Moment, hier bitte der Fisch. Einen Moment, hier bitte der Fisch. Die Tomate. Können Sie mir bitte ein Kilo Tomaten geben? Können Sie mir bitte ein Kilo Tomaten geben? Ja, hier bitte. Ja, hier bitte. Ja, hier bitte. Ja, hier bitte. Hope you enjoy learning and please check out these videos for learning German language. Don't forget to like, share and subscribe for upcoming content. Hit the notification bell icon to stay updated for learning German language.